Herzlich willkommen zu einer Reihe von Blicken über den Tellerrand. Also ein paar Videos, wo ich Themen anspreche, die mit der Ergonomie, die wir jetzt hier besprochen haben, zu tun hatten. Teilweise mal noch einen zusätzlichen Punkt ansprechen, teilweise darüber hinaus gucken und zum Beispiel in den Bereich Barrierefreiheit hineinblicken. Und ich fange jetzt an mit dem ersten Thema, wie sich die Dinge ändern. Wo ich einfach mal einen kleinen Blick darauf hineinwerfe, wo wir über verschiedene Versionen der gleichen Software mal gucken und dann bemerken, wie sich es so entwickelt hat. Und das können wir dann ja mal ein bisschen in Bezug setzen zu unseren Kriterien, beziehungsweise zu unseren Forderungen, die wir aufgestellt haben, ob die eigentlich mehr erfüllt werden oder weniger erfüllt werden. Das kann ja durchaus mal ganz interessant sein. Zunächst einmal möchte ich euch einen Unterschied zeigen zwischen einer Lösung von Apple und einer Lösung von Microsoft. Und zwar für den Fall, dass man Dateien in einen Ordner hineinschiebt, die es an diesem Ort schon gibt, beziehungsweise wo es an diesem Ort schon Dateien gibt, die den gleichen Dateinamen haben. Und was bei Apple dann passiert, sieht so aus, wie dieses hier. Also eine Meldung, auf der steht, an diesem Ort existiert bereits ein Objekt mit dem Namen Preview Micro. Möchtest du es durch das Objekt ersetzen, das du bewegst? Und ich habe drei Objekte eigentlich bewegt. Und ich kann jetzt sagen, ersetzen, beide behalten, Stopp. Und dann kann ich noch für alle anklicken. Das Kuriose ist, ich kann nicht sagen, nicht ersetzen, weil bei Stopp halte ich es für alles auf. Ich kann das Einzelne ersetzen lassen oder kann immer beide behalten. Dann hat eins immer den Dateinamen Kopie bekommen. Also eigentlich habe ich eine relativ umfangreiche Möglichkeit, die mir hier angeboten wird an Handlungsabschlüssen. Und ich kann sagen, für alle. Für alle hat aber jetzt hier einen großen Nachteil. Denn ich weiß gar nicht jetzt an dieser Stelle genau, was die anderen eigentlich alles für Dateien sind. Überhaupt habe ich wenig Entscheidungsgrundlage. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es eine Datei mit diesem Namen an dieser Stelle bereits gibt. Das ist ja nicht besonders viel. Gerade so ein Name wie dieser hier, Preview Micro, das ist ein generischer Name. Da könnte es mehrere Dateien geben, die alle so heißen. Wenn ich mir das unter Windows angucke, dann sieht das ganz anders aus. Und ich zeige euch mal als erstes Windows 7. Und was seht ihr da? Hier seht ihr eine ganz andere Art von Darstellung. Hier ging es nur um eine Datei in diesem Fall. Daher fehlt solch ein Für alle an dieser Stelle. Das hätte es sonst gegeben. Was haben wir hier? Hier wird gesagt, es befindet sich bereits eine Datei mit demselben Namen an diesem Ort. Das ist die Beschreibung des Feedback. Das ist gut. Und jetzt klicken Sie auf die Datei, die Sie behalten möchten. Und dann gibt es ein Feedforward mit drei Möglichkeiten. Kopieren und ersetzen. Nicht kopieren. Kopieren, aber beide Dateien behalten. Eigentlich eine sehr ähnliche Auswahl, wie die, die Apple auch angeboten hat. Allerdings mit dem großen Vorteil, dass ich hier die Datei sehe. Das Bild wird mir in der Vorschau angezeigt. Und ich sehe das Änderungsdatum und die Größe. Das heißt, die relevanten Daten, die ich brauche, um diese Entscheidung eigentlich zu treffen, die werden mir direkt hier an Ort und Stelle angeboten. Das heißt, hier haben wir viel stärker noch dieses Anbieten einer hier wahrscheinlich notwendigen oder zumindest häufig genutzten Zusatzfunktion. Das erspart mir natürlich richtig viel an dieser Stelle, dass ich das hier habe. Ansonsten ist die Umsetzung schön, was die großen Zielflächen angeht. Denn ich kann auf diesem ganzen Ding da drücken. Also ich kann auf Kopieren und Ersetzen die Datei im Zielfenster. Ich kann auch die Datei selber anklicken. Auch dieses Größefeld. Das Ganze ist quasi ein großer Button. Und das ist sehr einfach, dieses Feld anzuklicken. So, dann ging es weiter zu Windows 10 und ich war erst mal entsetzt. Ich habe gedacht, oh, das ist so eine schöne Lösung. Warum denn nicht immer so? Und bei Windows 10 passiert, wenn man mehrere Dateien nimmt, etwas Ungewöhnliches. Oder ich fand es erst mal ungewöhnlich. Denn es sah so aus, drei Elemente werden verschoben. Im Ziel sind drei Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden. Okay, Feedback. Dann haben wir Feedforward. Dateien im Ziel ersetzen, Dateien überspringen. Jetzt habe ich gedacht, ist aber ärgerlich. Jetzt sehe ich nicht mal mehr, welche Dateien das eigentlich sind. Da waren sie doch schon mal besser. Bis ich drauf gekommen bin, für jede Datei selbst entscheiden, steht ja da. Und wenn ich das anklicke, dann kann ich jetzt auf einmal für die einzelnen Dateien sagen, welche ich eigentlich behalten will und habe wieder diese zusätzliche Information da. Und unten kann ich sogar sagen, ich möchte diese drei Dateien mit gleichem Datum und gleicher Größe, was natürlich gut feststellbar ist, überspringen. Also, schön. Man hat hier offensichtlich sehr mitgedacht, was Notwendigkeiten sind, wenn so eine Situation eintritt, hat die zusätzlichen Informationen beigebracht und bringt sie dem Nutzer zur Anzeige und hat zusätzlich noch Sachen eingebaut, die der Eingabeminimalität dienen, wo dann nämlich eine Automatisierung stattfindet und ich nicht mehr immer feststellen muss, oh, es ist ja die gleiche Datei, also kann ich es überspringen, sondern das wird mir gleich schneller angeboten. Sehr schöne Lösung, die sich Microsoft da ausgedacht hat. Und Apple ist ganz eindeutig da hinterher, denn das hat es bei Microsoft so 1995 gegeben, solche Arten von Anzeigen, dass es das da an der Stelle schon gibt. Wo wir gerade beim Apple-Bashing sind, es geht um Änderungen und darum geht es ja hier, wie haben sich Designänderungen ergeben und ich möchte euch da zeigen, dass das nicht unbedingt immer nur zum Besseren ist, zumindest nicht, wenn man unseren Ergonomie-Richtlinien folgen mag. Und ich zeige euch das hier an der Änderung des Icon-Designs in macOS. Es gilt auch für andere Icons im Prinzip, aber ich finde an diesen Icons, die hier gerade zu sehen sind, also den Foldern, den Ordnern, kann man das eigentlich noch am schönsten sehen. Da gab es lange Zeit diese Art der Icons, die sahen so aus, wenn man sie sehr groß einstellte. Ich habe sie sehr groß gestellt hier, damit man das gut erkennen kann. Das Bild habe ich auch so übernommen, von daher, da wurde sich darüber echauffiert an einigen Stellen. Schaut euch mal das Icon-Design an. Das ist durchaus ganz hübsch, denn es ist erstmal, finde ich, ästhetisch ganz ansprechend und es erfüllt auch unsere ergonomischen Vorgaben. Also wenn ihr mal schaut, ist es eine sehr dezente Farbe, kein knalliger Farbton. Wir haben einen Helligkeitsverlauf drin, der das Ganze plastischer macht, von hell nach dunkel, also oben hell, unten dunkel. Und wir haben ja beim Folder, da sind ja zwei, naja, zwei Pappen. Eine ist hinten und die andere ist vorne. Und hier ist es so gemacht, dass die hellere vorne ist und die dunklere hinten, beziehungsweise die vordere wirft einen Schatten nach hinten, sodass wir genau diese Abstufung kriegen. Dadurch haben wir auch nochmal Plastizität. Und dann ist ein Icon drüber gelegt für diese speziellen Icons und das ist weder aufdringlich noch unerkennbar. Es ist eigentlich ein guter Mix, der hier gefunden wurde. Ja und dann hat bei Apple der Wahnsinn des Flat-Design-Einzugs gehalten. Bei iOS haben sie das Design zwischendurch mal richtig kaputt gekriegt und in macOS hat es leider auch Übernahmen davon gegeben. Und seitdem sehen Ordner so aus. Und jetzt schreibt euch das mal an. Wie kann man denn zu so einer Entscheidung kommen? Wir haben auf einmal schreiende gesättigte Farben. Wir haben einen Helligkeitsverlauf, der von dunkel nach hell geht. Wir haben vorne dunkel, hinten hell. Und wir haben ein darüber gelegtes Icon, was auf einmal schlechter erkennbar ist als vorher. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Selbst wenn man nicht nach unseren Design-Richtlinien vorgeht, was ich Apple mal zugestehen möchte, dass sie die nicht irgendwann in einer frühen Vorlesung mal von uns mitbekommen haben. Das ist doch eindeutig ein schlechteres Design. Das sieht doch jeder. Also die waren doch vorher besser als hinterher. Aber gut, vielleicht ist es eine Geschmackssache und mein Geschmack ist ein anderer oder er ist sehr stark durch unsere Ergonomie-Vorgaben geprägt. Ich jedenfalls finde das eigentlich nur als Nachteil. Schauen wir uns nochmal was an, wo wir vergleichen können, wie sich es im Laufe der Zeit verändert hat. Und ich mache das jetzt mal an Windows fest. Und zwar an Windows, jeweils von Windows 95 bis 10. Also bis heute gehen wir da durch und schauen uns mal an, was sich da verbessert hat und ob es immer nur Verbesserungen oder auch Verschlechterungen gab. Und ich habe zwei relativ beliebige Dinge herausgesucht. Das erste ist das Herunterfahren des Rechners und das andere ist, wie eigentlich ein Standard-Explorer-Fenster aussieht. Und zwar nicht komplett umkonfiguriert, sondern so, wie es vom Betriebssystem vorgesehen ist. Und schon fangen wir an mit dem Herunterfahren. Windows 95 hat so ein Fenster angeboten. Man ist ins Startmenü gegangen, hat auf Start gedrückt, dann hat man auf Beenden geklickt und dann kam so ein Fenster. Das ist das Kuriosum schlechthin. Also so ein Fenster habe ich noch nie irgendwo anders so recht gesehen. Also erstmal gehen wir mal der Reihe nach das durch. Die Anzahl der Klicks ist vier. Also Startbutton, Exit, Auswahl und dann muss ich unten noch auf Yes klicken. Das ist dieses typische, wir haben unten eine Auswahl, die das oben nur noch mal bestätigt. Eine reine Auswahlbestätigung. Das gilt es zu vermeiden, das hatten wir als Beispiel. Sind alle Optionen sichtbar? Ja, das ist schön. Also sobald dieses Fenster kommt, sind alle Optionen sichtbar. Haben wir eine Aussage hier? Nein, wir haben hier was ganz Komisches. Wir haben eigentlich hier Fragen, aber darauf komme ich gleich noch mal zurück. Es gibt also keine Aussage im Sinne von Feedback, was eigentlich gerade passiert. Haben wir konkrete Buttons? Nein, wir haben Ja, Nein, Hilfe. Sehr generische Buttons an dieser Stelle. Und dann die Merkwürdigkeit, auf die ich die ganze Zeit schon anspiele. Habe ich noch nie gesehen. Man sucht sich die Frage aus, die man unten dann beantwortet. Das ist ganz eigenartig. Habe ich noch nie an irgendeiner anderen Stelle gesehen. Vor allen Dingen könnte das auch zu ganz eigenartigen Dingen führen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich wähle oben erst Shutdown the Computer aus und sage No. Dann nehme ich Restart the Computer und sage No. Und Restart the Computer in MS-DOS Mode und dann sage ich Yes. So funktioniert das natürlich nicht. Sondern das No macht das Gleiche, was sonst immer so ein Abbrechenknopf macht. Er beendet diesen ganzen Herunterfahrprozess. Also ein eigenartiges Design. Das einzig wirklich Gute daran ist, dass mir alle Optionen angeboten werden. Bei Windows 98 hat man das schon verändert und ist darauf gekommen, dass man nicht eine Frage aussuchen sollte. Dafür wird die Frage am Anfang gestellt und es steht hier What do you want the computer to do? Also eine Frage statt einer Aussage nach wie vor der gleiche Nachteil. Die Anzahl der Klicks ist gleich geblieben, weil der gleiche Prozess dahinter steckt. Also Startmenü, beenden, an Auswahl machen und dann muss man jetzt nicht Yes klicken, sondern Okay. Die Optionen sind immer noch alle sichtbar. Konkrete Buttons sind es nicht. Dass es eine Option weniger ist, liegt an der Konfiguration der Maschine. Das hat jetzt nichts mit Windows 98 und Windows 95 zu tun. Ja, minimal besser geworden, dadurch, dass diese komische Frage-Aussuch-Sache daraus ist, die ja wirklich gar keinen Sinn ergibt. Gehen wir einen Schritt weiter zu Windows ME oder Windows 2000. Das sah gleich aus und ich habe hier Windows 2000 genommen als Bild. Jetzt ist es schlechter geworden, in vielerlei Hinsicht schlechter geworden. Der einzige Vorteil ist, hier haben wir jetzt eine Aussage statt einer Frage. Es ist keine Frage mehr gestellt worden. Allerdings, das ist das, was am wenigsten wichtig ist von all dem eigentlich. Aber die Anzahl der Klicks ist höher geworden. Ich muss Startmenü gehen, dann auf Beenden, dann das Dropdown-Menü nehmen und da was aussuchen, dann die Auswahl treffen und dann auf OK klicken. Fünf Schritte. Es könnten auch vier sein, wenn das, was ausgewählt ist, gerade passt. Aber das wäre vorher ja auch schon der Fall gewesen. Also wir gehen mal nicht von der Vorauswahl aus, sondern wir gehen davon aus, dass wir hier tatsächlich eine Auswahl machen müssen. Die Optionen sind nicht sichtbar. Hier ist doch Platz genug. Ein riesiges Fenster. Dann oben noch dieses Windows-Logo. Hätte man sich auch sparen können. Jeder weiß, dass es Windows 2000 ist, wenn man es benutzt. Und wenn, dann braucht man es auch nicht zu wissen. Man will es ja sowieso gerade herunterfahren. Also, um Gottes Willen, warum sind denn hier die Optionen nicht mehr angeboten, sondern stattdessen dieses blöde Menü? Und dann konkrete Buttons haben wir immer noch nicht. Unten steht OK, Abbrechen, Hilfe, nach wie vor generische Buttons. So, kommen wir zum besten Windows aller Zeiten, wie manche Leute sagen. Und in Richtung auch viele ergonomische Dinge, stimmt das auch. Und wenn ihr rechts mal guckt, wie meine Codierung ist mit Rot und Grün, dann seht ihr auch, auch auf einmal wird alles grün. Was haben wir jetzt da? Die Anzahl der Klicks ist eins niedriger geworden. Start, beenden, Auswahl. Das ist kürzer. Es ist im besten Fall einen Schritt kürzer und im schlimmsten Fall genauso lang, weil es hier keine Vorbelegung mehr gibt. Das heißt, ich muss die Auswahl jetzt hier treffen. Okay, die Anzahl der Klicks ist eins kürzer geworden. Die Optionen sind alle sichtbar. Toll, na endlich, also Computer ausschalten und mir werden alle möglichen Optionen an dieser Stelle angeboten. Schön. Sind es Aussagen? Ja, oben steht Computer ausschalten und dann habe ich die drei Knöpfe zur Auswahl. Eigentlich sind es ja vier. Der Abbrechen-Knopf ist auch noch da. Sind es konkrete Buttons? Ja, es sind konkrete Buttons geworden. Hier steht Standby, das ist hier deaktiviert, liegt wieder an der Konfiguration des Computers. Ausschalten, neu starten. Gut, Abbrechen ist generisch an dieser Stelle, aber wir haben ja gesagt, Abbrechen als generischer Knopf ist in gewisser Weise eine Ausnahme und ist hier auch, glaube ich, kein Problem an dieser Stelle. Man könnte natürlich draufschreiben, nicht ausschalten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie geht es weiter? Zwischendurch kam Windows Vista. Windows Vista habe ich hier mal ausgelassen, hatte auch kaum jemand. Windows 7 als nächstes. Wie sieht es da aus? Die Anzahl der Operationen ist kürzer geworden und noch mal kürzer geworden. Startmenü, Pfeil, Auswahl, drei, wie vorher auch. Oder wenn ich die Standardvariante nehme, dann brauche ich nur Startmenü Standardaktion. Denn hier habe ich jetzt bei Windows 7 es gehabt, dass ich hier unten einen Knopf habe, auf dem die Standardaktion direkt ausführbar ist und dann ist daneben dieser Knopf. Dieser Knopf hat natürlich einen Nachteil, denn er ist schwer zu treffen. Denkt mal an Fits Law und er ist auch noch im Sinne der Eingabesicherheit kritisch. Denn wenn ich diesen treffen will und treffe ihn nicht richtig, dann drücke ich vielleicht auf den Knopf daneben. Gut, wahnsinnig schlimm ist es nicht, was passieren wird, aber es ist zumindest mal eine Funktion, die man dann aufruft, die nicht unbedingt aufzurufen wäre. Es sind dann alle Optionen sichtbar. Also wenn ich dieses Menü habe, es ist eine Aussage da. Also eigentlich ist gar keine Frage oder Aussage mehr da, aber die Knöpfe selber oder das Menü selber sind natürlich Aussagen und was da drin steht, ist auch konkret. Also, naja, im Großen und Ganzen kann man von einer Verbesserung sprechen, wenn man mal von dem Design dieses kleinen Pfeils da ausgeht. Ja, Windows 8. Ich traue mir kaum darüber noch zu sprechen. Ich habe so oft darüber gelästert. Hinterher heißt es wieder, ich roaste Plattformen, aber gut, bei Windows 8 fühlt sich wahrscheinlich niemand mehr angegriffen. Bei Windows 8 war Windows Herunterfahren ganz kompliziert schwierig. Kein Mensch hat verstanden, warum. Warum man das so schwierig gestalten musste. Es lag natürlich daran, es gab kein Startmenü mehr und wenn es kein Startmenü gibt, dann gibt es den üblichen Weg auch nicht mehr. Aber auch auf dem Kachelbildschirm konnte man Windows nicht ohne weiteres einfach mal herunterfahren. In Windows 8.1 wird das wieder eingeführt, aber in Windows 8 ging das nicht. Und dann musste man das über ganz komische Umwege tun. Zum Beispiel so, wie es hier beschrieben ist. Man musste in eine Bildschirm-Ecke gehen. Dann kam diese Charms-Bar, in der Seite so eine Leiste. Da konnte man dann das Zahnrad auswählen. Dann klickte man auf ein aus und dann musste man noch einmal zusätzlich klicken. Also man hatte vier Klicks. Auf einmal wieder einer mehr. Und völlig versteckt. Also besser verstecken kann man so ein Herunterfahren auch wirklich nicht mehr. Die Optionen sind sichtbar. Ja, wenn man sie erstmal gefunden hat, sind sie sichtbar. Es ist eine Aussage und es sind konkrete Buttons. Also so gesehen ist es da sogar ganz gut. Aber das Verstecken macht alles kaputt. Also man hat eigentlich wirklich das Herunterfahren nicht mehr gefunden. Obwohl auch schon übrigens bei Windows 95 stark kritisiert wurde, dass das Beenden im Startmenü ist. Denn da wurde auch dann so ein Scherz rausgemacht. Weil wenn man auf das Startmenü ging mit dem Mauszeiger, dann wurde dort eingeblendet, klicken sie zum Starten auf diese Schaltfläche. Und das Komische war dann, dass man halt zum Beenden auf Start klicken muss. Das ist nicht unbedingt logisch. Windows 10. Wie sieht es bei Windows 10 aus? Ist viel besser wieder geworden. Denn wir haben wieder ein Startmenü. Und wir haben jetzt unten dieses Ein-Aus-Icon. Was übrigens eine Kombination ist aus einer 0 und einer 1. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das ist dieses Zeichen 0 und eine 1 drin. Ich habe das immer für so einen Drehschalter gehalten. Aber ich habe das nachgelesen. Nein, das ist eine Kombination aus 0 und 1. Wie wir da haben. Und da müssen wir draufklicken. Also erst das Startmenü. Dann das da draufklicken. Und dann die Auswahl treffen. Wieder drei Klicks. Okay. Die Optionen sind alle sichtbar. Es handelt sich immer um eine Aussage. Dadurch, dass im Prinzip dieses Beenden-Icon, Beenden, naja, steht nicht mehr da. Aber das Icon steht halt dafür. Und es sind konkrete Buttons beziehungsweise konkrete Menü-Einträge. Der einzige Nachteil ist an dieser Stelle eigentlich, dass man dieses Icon kennen muss. Also wer dieses Icon nicht kennt, der findet das Beenden nicht gut. Und muss es dann erlernen. Und es steht nicht mehr Beenden da. Man muss allerdings sagen, das Icon ist ja sehr bekannt. Das ist ja fast an jedem Gerät irgendwo dran. Also sollte man da wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten haben. Das andere Beispiel, an dem ich euch so ein Vergleich mal zeigen wollte, sind Explorer-Fenster. Schaut mal hier. Wir haben hier Windows 95, das Explorer-Fenster. Und dann haben wir ein Explorer-Fenster von Windows 98. Und jetzt gucken wir mal, was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert. Könnt ihr gleich einmal kurz selbst drauf gucken. Was würdet ihr sagen, ist besser vielleicht an dem Windows 98-Fenster? Eine ganze Menge. Es hat sich wirklich eine ganze Menge verbessert. Fangen wir mal mit den Icons da oben an, in dieser Icon-Leiste. Die sind bei Windows 98 beschriftet. Da steht drunter, wofür sie sind. Sie sind auch nicht mehr so merkwürdig bunt. Also merkwürdig sind sie gar nicht. Aber die sind bei Windows 95 bunter gewesen. Und das sind sie dann nicht mehr. Man sieht den Nachteil. Es braucht mehr Platz durch diese große Beschriftung, große Zielflächen. Also auch im Sinne von Eingabeschnelligkeit sicher besser. Aber es braucht mehr Platz. Es passt nicht mehr alles dahin. Deswegen haben wir vorne, also nicht vorne, sondern rechts, diesen Pfeil für zusätzliche Elemente. Dann wird der komplette Pfad hier angezeigt, was natürlich von Vorteil ist. Und ich habe ja überall mal das Gleiche selektiert. Und schaut mal in die Statusleiste. In der Statusleiste von Windows 95 steht hier Contains commands for selecting and transferring items. Was eigenartig ist an dieser Stelle, dass das hier steht, obwohl doch ein Element hier markiert ist. Und in der Windows 98 Variante stehen unten interessante Informationen. Also die Dateigröße steht da. Und ja, wo ich mich im Gesamtzusammenhang befinde, steht da auch. Und das Ganze steht übrigens auch nochmal links. Da steht auch noch ein Modified-Datum und dass es sich um eine Applikation handelt. Dieser Bereich links, der wird häufig kritisiert, dass da Platz verschwendet wird. Da ist auch ein bisschen was dran. Man müsste da vielleicht nicht so übermäßig Platz für verwenden, für dieses große Wort Internet Explorer hier. Aber naja gut, es ist auch ein Bereich, der zur Informationsanzeige genutzt wird. Schauen wir weiter. Von Windows 98 nach Windows 2000. Das sieht auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aus. Was übrigens auch noch eine Änderung ist, diese drei Bereiche oben, also diese Icon-Leiste, Adress-Leiste und Menü-Leiste, die lassen sich nun verschieben. Die kann man da anfassen. Das ist etwas, was eigentlich mehr von Nachteil als von Vorteil war. Weil man war schnell mal dabei und hat, wenn man irgendwie ein Menü erwischen wollte, stattdessen die Menü-Leiste woanders hingeschoben. Es gibt eigentlich wenig Sinn, diese Standard-Anordnung da zu ändern. Ja, auf den ersten Blick sehr ähnlich. Das Standard-Design der Icons ist wieder anders geworden. Sie sind kleiner geworden und die Beschriftung steht jetzt daneben. Dafür kriegt man jetzt wieder einigermaßen mehr da rein. Das ist durchaus auch gut, dass man das so gemacht hat. Und ansonsten hat sich nicht sehr viel geändert, außer dass jetzt der Anwendungstyp auch noch unten in der Fußleiste auftaucht. Dadurch ist die also noch ein bisschen informativer geworden. Schauen wir wieder weiter zu Windows XP. Ja, bei Windows XP war diese Zusatzleiste unten per Standard nicht an. Man konnte die zusätzlich einschalten. Aber wenn man das System einfach so installierte oder einfach so laufen ließ, also wie es war halt, dann war das nicht an. Das heißt, diese Informationen haben wir nicht. Wir könnten sie aber auf der linken Seite kriegen, wenn wir diesen Detailsbereich aufklappen. Dafür könnten wir die anderen Bereiche zuklappen. Und was sind das für andere Bereiche? Ja, da haben wir viele Sachen, die vorher sonst oben in der Iconleiste untergebracht waren, jetzt hingepackt. Das heißt, man brauchte nicht mehr mit der rechten Maustaste auf die Dinge zu klicken, um das zu machen, um ein Menü zu kriegen und auch nicht die etwas obskuren Icons oben benutzen, sondern man hatte links das sehr schön im Überblick und es stand immer daneben, wofür das Ganze steht. Das Icon-Design ist ein bisschen aufgedonnert. Da würden wir aus heutiger Sicht sagen, das sind zu bunte Icons. Und auch aus ergonomischer Sicht würden wir sagen, die sind zu bunt, die sind auch teilweise zu auffällig. Ja, und andere Orte, also so eine Art Schnellzugriff auf andere Bereiche, das ist etwas, was auch hier dann aufkam und sich mittlerweile bewährt hat. Das gibt es ja auch heute noch. Fahren wir wieder einen Schritt weiter. Hier habe ich tatsächlich mal Windows Vista genommen. Wer das vielleicht noch nie gesehen hat, so sahen solche Explorer-Fenster in Windows Vista aus. Jetzt ist die eben noch per Standard nicht mehr sichtbare Fußleiste wieder da und zwar üppig, also eine riesige Fußleiste. Dafür stehen da sehr viele Informationen drin. Also von mir aus, wenn man den Platz am Bildschirm hat, nicht so schnell. Dafür sind sie jetzt links halt nicht mehr drin. Dafür haben wir links jetzt Link-Favoriten, wie das dann hier genannt wurde. Und dann gab es noch unten Ordner, also so Schnellzugriffe. Aber die ganzen schönen Funktionen, wie Kopieren, Verschieben und so, ja, die verstecken sich jetzt oben unter Organisieren. Das heißt, ich muss dann ein Zusatzmenü aufrufen, was eigentlich ein bisschen schade ist, wenn man doch eigentlich annehmen sollte, dass solche Operationen genau das sind, was man hier macht in so einem Explorer. Und allgemein das Design, naja, Windows Vista wurde mal verkauft mit dem Wow-Effekt und das zeigt sich ein bisschen in der etwas aufgedonnerten Design-Philosophie, die man da wohl hatte. Also dieser Bereich, wo Organisieren, Ansicht, Öffnen steht, hat einen viel zu plastischen, viel zu aufgedonnerten Design-Stil bekommen. Auch dieser Zurück- und der Vorwärts-Button hat das. Und unten rechts in dieser Fußleiste, dieses komische, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Ornament, das hat auch gar keinen Zweck. Es gibt also hier viel Schnickschnack und man ist, glaube ich, ein bisschen dem nachgelaufen, was auch Apple im iOS zu der damaligen Zeit hatte. Also sehr naturnahe Darstellungen, die überplastisch dann waren. Das war dann aber irgendwann ja vorbei, beziehungsweise erst mal kam Windows 7 und bei Windows 7 war das so teilweise noch drin. Also der Button zum Beispiel ist der gleiche geblieben, aber ihr seht schon mal diese Leiste mit Organisieren, die ist schon etwas, naja, dezenter wieder geworden. Auch die Fußleiste ist dezenter geworden. Man hat sie wieder etwas kleiner gemacht, nicht ganz so hoch und auch dieses Ornament entfernt. Auf der linken Seite, ja, da sind dann die Bibliotheken dazugekommen. Das ist ein Konzept, das man mehrere Ordner zusammengefasst hat, aber generell sind es immer noch Schnellzugriffssachen. Und oben in der Leiste ist ein bisschen was, da hat sich ein bisschen was geändert. Es sind einige Funktionen wieder nach vorne gewandert. Also neuer Ordner zum Beispiel ist jetzt hier wieder direkt da. Naja gut, aber sonst ist das sehr ähnlich. Windows 7 und Windows Vista waren sich sowieso sehr ähnlich. Windows 7 war eigentlich ein Windows Vista mit einem etwas anderen Skin und mit einigen der bei Vista standardmäßig aktivierten Dienste ausgeschaltet. Naja. Oh je, was ist denn jetzt passiert? Jetzt sind wir bei Windows 8 angekommen. Und, naja, was will man dazu sagen? Also von dem, was es eigentlich gibt, ist es gar nicht sehr anders. Die Fußleiste ist wieder kleiner geworden. Links haben wir immer noch diesen Schnellauswahlbereich. Das Durchsuchen ist das gleiche. Oben der Pfad ist das gleiche. Es gibt jetzt so ein paar Ribbons oben, wie ihr seht, Dateistart vorallgegeben. Die kann man aufklappen. Okay, das ist ganz gut, wenn man den Platz hat und sich gönnen möchte. Aber es gibt einen ganz großen Nachteil. Man kann nicht mehr erkennen, was wo ist. Also die Bereiche sind nicht mehr erkennbar. Schaut mal noch links. Man sieht eindeutig diese Leiste für Organisieren. Man sieht eindeutig links so einen Bereich, der sich abhebt, schon alleine durch die Trennung, durch diese Scrollbar. Die Fußleiste sieht auf jeden Fall anders aus als der Inhaltsbereich. Und auch oben das, wo der Pfad und so drin ist, das ist eindeutig ein anderer Bereich als der Inhaltsbereich, wo die Dateien sind. Ja, bei Windows 8 hat der Flat-Design Wahnsinn zugeschlagen. Das ist wirklich eine Gestaltung nach dem Motto, wie halten wir dem Nutzer jegliche Informationen vor, die ihm helfen, zu strukturieren, was er da sieht. Sehr bedauerlich. Und leider ist das noch immer so. Also auch bei Windows 10 ist es noch nicht wieder besser geworden. Obwohl ich da guter Hoffnung bin, denn viele der neueren Sachen, die bei Windows 10 hineinkommen und die Microsoft jetzt so macht, sind in dieser Beziehung wieder erheblich besser als das, was damals leider passiert ist und mit dem wir auch heute leider noch leben müssen. So, soviel zu diesem, Blick über den Tellerrand und es gibt noch ein paar weitere Blicke über den Tellerrand. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.